Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe aus dem Spiel War Thunder mit Implied. Heute möchte ich mit euch über den Patch 171 reden, wo ja verdammt viele Änderungen vorgenommen worden sind. Einige von diesen Änderungen haben wir in unseren YouTube Videos bisher gar nicht angesprochen. Trotzdem sind sie essentiell und deswegen möchte ich euch sie einmal ganz kurz vorstellen. Sämtliche Fahrzeuge, die im Grunde genommen neu gekommen sind, habe ich euch bereits in den verschiedenen Dev Server Videos vorgestellt. Wir haben den Kampfpanzer 70, den M60, den Chieftain, den T64 bekommen, den MBT-70 natürlich auch noch. Etliche Premiumfahrzeuge. Flugzeuge sind auch mehr als genug dabei gewesen. Da hatte sich ja jetzt der eine oder andere in den letzten Tagen des öfteren beschwert. Nein, das ist so nicht richtig, kann man so nicht sagen. Allein die Japaner haben drei neue Flugzeuge gekriegt. Italien, die SM-81, die ich auch noch die Tage vorstellen werde. Eigentlich eine Tante Ju, die wir hier endlich im Spiel bekommen haben. Finde ich persönlich total geil. Dann haben natürlich die Amerikaner mehrere Flugzeuge bekommen, beziehungsweise auch neue Modelle für ihre Flugzeuge. Hier betrifft das hauptsächlich die F4U-Reihe. Dann P-51 gab es neu, XA-38, A-26 hat ein neues Modell bekommen. Die A-26 B-10 ist ins Spiel gekommen und die B-24 hat ein neues Modell bekommen. Bei den Briten gab es die Hornet Mark III und bei den Russen die BI-6 und die SU-6. Also auch flugzeugtechnisch war dieser Patch eine richtig runde Sache mit ganz, ganz vielen tollen neuen Flugzeugen. Dann zwei Ground Forces Maps. Hier sind die Flieger diesmal leer ausgegangen. Es hat Veränderungen gegeben im Warband Shop. Das heißt, die Warbands, die ihr bisher sammeln konntet, sind ja nach einem Monat verfallen. Wenn man sie bis dahin nicht ausgegeben hatte, waren sie weg oder man hatte nicht genug gesammelt, konnte mit denen, die man dann gesammelt hatte, nicht viel anfangen und dann waren sie aufweg. Das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Ihr könnt bis maximal, ich glaube, Obergrenze ist 3500 oder 3600, eure Warbands so lange sammeln, bis ihr eben diese Obergrenze erreicht habt. Das heißt, in Zukunft kann jeder von euch durch das Städtefarmen dieser Auszeichnungen irgendwann das Maximum rausholen und sich dann eventuell eines der Premium-Fahrzeuge, die im Warband Shop angeboten werden, kaufen. Sicherlich eine ganz besonders interessante Sache für die Leute, die eher den Free-to-Play-Bereich in diesem Spiel komplett ausreizen. Ihr könnt euch also einfach nur dadurch, dass ihr diese täglichen Schlachtaufgaben erledigt, in Zukunft ohne zeitliches Limit die nötigen Schlachtaufgabenpunkte zusammenfarmen und dementsprechend diese dann irgendwann im Shop ausgeben. Ich denke, das ist tatsächlich eine Neuerung zugunsten all derer, die vielleicht nicht unbedingt Geld in dieses Spiel investieren können oder möchten. Ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, selbst wenn ihr ganz, ganz wenig spielt, über einen längeren Zeitraum hinweg, euch diese Dinge zu sammeln und euch dann dementsprechend im Shop das zu kaufen, worauf ihr Lust habt. Die PO2, ein russisches Flugzeug, ein Doppeldecker, soweit ich weiß, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, hat ein neues Cockpit bekommen. Das ist ansonsten erstmal nicht spektakulär. Spektakulär an der ganzen Sache ist, dass das wieder von einem User erstellt worden ist. Der hat durch das Revenue-Share-Programm von Gaijin dafür dann auch Geld bekommen, also eine Belohnung. Wer sich für diese Thematik interessiert, Gaijin macht das ja mittlerweile in regelmäßigen Abständen von Spielern erstellte, Dinge ins Spiel zu integrieren und die dafür zu bezahlen, sollte sich einfach mal auf der War Thunder Hauptseite die ganze Sache angucken. Da kann man durchaus eine ganze Menge Geld für bekommen, wenn man das vernünftig macht und eine tolle Idee hat. Also da lohnt es sich tatsächlich, wenn man interessiert ist für diese Thematik und wenn man da auch so ein bisschen ein Händchen für hat, wenn man sich da einarbeitet. Dieses neue Cockpit in der PO2 wurde übrigens von jemandem erstellt, der vorher überhaupt noch keine Fähigkeiten gesammelt hatte, was diese 3D-Programme angeht. Der hat sich da also tatsächlich reingearbeitet und hat dann dieses Cockpit erstellt. Das heißt also, an diesem Cockpit kann man quasi sehen, selbst ein Anfänger, der bisher noch nie sowas gemacht hat, hat durchaus die Chance, irgendwann etwas auf die Beine zu stellen, das im Spiel tatsächlich dann auch übernommen wird und bekommt dann dafür nicht unbedingt wenig Thaler, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Für die Spieler der Kampfgruppengefechte gab es auch eine wichtige Änderung und zwar braucht ihr jetzt nicht zwei Vierergruppen erstellen, um dann in die Kampfgruppengefechte zu gehen, sondern einer kann eine Achtergruppe erstellen und mit der kann man dann quasi als ganze Gruppe in die Kampfgruppengefechte einsteigen. Auch eine Änderung, die für viele sicherlich interessant ist, einfach weil es die ganze Sache bequemer macht. Dann haben viele von euch sicherlich festgestellt, dass das Menü abgeändert worden ist im Spiel. Viele sagen jetzt, es ist alles groß, ihr braucht euch da keine Sorgen machen, wenn ihr in die Einstellung geht und einmal ganz genau guckt, da gibt es jetzt einen Schiebregler, damit kann man die Größe der ganzen Anzeigen in unserer Garage quasi verändern und ihr könnt das komplett runter regeln und wenn ihr es komplett ganz runter regelt, dann sieht es aus wie in meiner Garage, dann ist auf einmal sogar mehr Platz da als vorher. Das heißt also, ihr müsst jetzt nicht mit diesen riesengroßen Anzeigen leben, die sich da auf einmal auf eurem Monitor darstellen. Ich spreche diesen Text jetzt hier gerade auf, ohne dass ich das Spiel offen habe. Wenn ich nachher die Bilder dazu schneide, werde ich versuchen, für euch noch eben den Menüpunkt rauszusuchen, wo ihr das dann finden könnt und dann schneide ich das mit rein. Es gab neue Missionen auf bereits bestehenden Karten. Ich glaube, das wird der eine oder andere auch mitbekommen haben. Es gibt zwei neue Karten, eben Fulda Gap und Emporos Garden, also der Kaiserliche Garten. Und es gibt jetzt insgesamt auf sechs Karten diese Anti-Spawn-Camper-Mechanik, will ich sie noch ganz vorsichtig nennen. Einmal auf den vier bereits vorgestellten Karten, Polen, Köln, Tunesien, Finnland, Osteuropa, Fulda und Japan sind jetzt im Grunde genommen davon betroffen. Wir kommen also auf insgesamt sechs Karten, die diese Funktion bereits haben. Wir haben jetzt in den ersten Tagen, seitdem es den Patch gibt, seit 24 Stunden gibt es den gerade mal, aber auch festgestellt, dass auf der einen oder anderen Karte das noch nicht so ganz wunderbar funktioniert, dass also tatsächlich immer noch mit aller Gewalt in den Spawn hineingeschossen werden kann. Deswegen macht euch bitte keinen Kopf. Erstmal wichtig ist, man kann im Spawn stehen und wird nicht mehr von hinten beschossen. Man kriegt also keinen Treffer mehr in den Rücken und ich glaube, das war das, was die meisten aufgerichtet hat. Und das ist mit dieser neuen Mechanik absolut nicht mehr möglich. Dass man von vorne beschossen wird, während man spawnt, ist nach wie vor möglich. Ob das nochmal irgendwo angepasst wird, warten wir einfach mal ab. Ich denke, Kai Jin wird jetzt erstmal die Daten aus diesen Karten nach und nach sammeln und dann auswerten. Vielleicht werden da nochmal Anpassungen vorgenommen. Ich wäre da jetzt an eurer Stelle noch nicht. Wer weiß, wie enttäuscht oder sonst was. Für mich persönlich der wichtigste Punkt war definitiv der, dass das in den Rückenschießen einfach nicht mehr möglich war, weil da hatte man keine Chance und jetzt, wenn derjenige vor mir steht, habe ich zumindest die Chance, ihn zu erkennen und ihn dann selbst zu beschießen, zumal ich immer noch diesen Spawn Protect Schutz habe, diese paar Sekunden, wo ich unverwundbar bin. Vielleicht ist es dem einen oder anderen, der jetzt gestern gespielt hat, aufgefallen, es sind nicht mehr ganz so viele Flugzeuge in der Luft. Das liegt einfach daran, dass Flugzeuge bei weitem nicht mehr so effektiv sind. Wir haben bisher ja öfters Probleme gehabt mit eher den Flugzeugen, die Raketen verschossen haben. Wird sich der eine oder andere sicherlich daran erinnern. Die Wirkweise der Raketen ist ganz extremst angepasst worden und aktuell ist der Stand der, dass mit den meisten Raketen so ein Panzer einfach nicht mehr kaputt zu kriegen ist. Das haben die Freunde der fliegenden Geschichte, glaube ich, auch relativ schnell festgestellt. Und dementsprechend weniger Flugzeuge waren a, entweder in der Luft oder b, wenn sie da gewesen sind, haben sie reichlich wenig Schaden angerichtet. Was ich persönlich natürlich auch wieder gut finde, weil wir jetzt am Boden tatsächlich wieder Panzer-gegen-Panzer-Gefechte haben. Also auch hier ganz klar eine Veränderung zugunsten der Ground Forces, also der tatsächlichen Spieler, die mit ihren Panzern andere Panzer erledigen möchten, finde ich eine tolle Sache. Ich kann nur hoffen, dass das auch so aufrecht gehalten wird, dass Gaijin da nicht wieder einknickt und es dann doch wieder ändert, weil im Moment fühlt sich das für mich als eigentlich Panzerfahrer im Spiel richtig rund und gesund an. Ja, wie gesagt, es sind verschiedene Fahrzeuge ins Spiel implementiert worden. Das werden viele von euch mitbekommen haben. Es gibt jetzt ein paar Fahrzeuge, die können tatsächlich auch über den Motor eine Rauchwand erzeugen. Auch das ist wirklich interessant. Wer dann mal so ein bisschen auf Details achtet, wenn man mit einem MG von einem Panzer in den Boden schießt, der Sand, der spritzt jetzt nach oben. Man kann also tatsächlich sogar so einen Sandvorhang vor seinem Fahrzeug erzeugen. Sieht wirklich gut aus und hat auch wieder so ein bisschen Einfluss aufs Spiel. Man kann dem anderen nämlich teilweise dadurch tatsächlich die Sicht nehmen, indem man einfach nur mit dem MG in den Boden ballert und der ganze Sand hochspritzt. Das ist übrigens abhängig von der Untergrundbeschaffenheit. Je nachdem, welcher Untergrund das ist, umso höher spritzt der Sand oder umso weniger hoch spritzt der Sand. Solltet ihr mal ausprobieren. Es ist wirklich ein interessantes Gadget. Für mich allerdings eine der wichtigsten Veränderungen, die ganz, ganz klammheimlich im Hintergrund so durchgeführt worden ist und wo viele wahrscheinlich es immer noch nicht mitbekommen haben, vor allen Dingen, weil man sich ja jetzt eher auf die neuen Fahrzeuge konzentriert. Das betrifft die japanischen Fahrzeuge. Da ist tatsächlich einiges bei vielen Fahrzeugen geändert worden. Es wurde teilweise die vertikale Richthöhe der Kanonenrohre angepasst, sodass bisher Kanonenrohre, die auf 15 Grad angehoben werden konnten, jetzt auf 20 Grad angehoben werden konnten. Wobei das in meinen Augen noch nicht ganz so dramatisch ist, weil wir kommen nicht oft im Gefecht in die Situation, dass wir unser Rohr noch höher heben müssen, als wir es sowieso schon gemacht haben. Für mich viel interessanter ist die Tatsache, dass bei etlichen Fahrzeugen die Turmrotationsgeschwindigkeit mehr als verdoppelt worden ist. Nicht bei allen, aber wir haben etliche Fahrzeuge dabei. Ich nenne hier mal als Beispiel den Chihie, der hatte bisher 6 Grad pro Sekunde und kann jetzt mit 14 Grad pro Sekunde seinen Turm drehen. Also ein ganz enormer Unterschied, was die japanischen Fahrzeuge natürlich um ein Vielfaches spielbarer macht als vorher. Durch die langsame Turmrotation, die wir bisher hatten, war es ja oft so, dass wir so einen japanischen Panzer dann eher doch wie ein Sturmgeschütz spielen mussten, weil man gar nicht darauf warten konnte, dass der Turm sich endlich mal zum Gegner rüber dreht. Man hat quasi die Fahrzeugwanne gleich mitgedreht. Dadurch, dass die Geschwindigkeiten teilweise jetzt wirklich verdoppelt worden sind, stellen sich die Fahrzeuge auf einmal ganz anders dar. Bei dem Hago zum Beispiel von 14 auf 15,7 Grad pro Sekunde, das ist jetzt nicht wer weiß wie viel. Beim Igoko ist von 6 Grad auf 15,2 Grad hochgegangen. Beim Keni von 6 auf 17 Grad, vom Kami von 6 auf 12 Grad, beim Hiha von 6 auf 15 Grad, beim Hiha Kai von 6 auf 15 Grad, beim Hoi von 6 auf 14 Grad, beim Honi wurde was verändert. Und so zieht sich das wie so ein roter Faden durch die japanischen Panzer. Also ganz, ganz viele massive Veränderungen, die die Fahrzeuge letztendlich unterm Strich ganz anders darstellen. Das heißt also, vom Spielerischen her sind diese Fahrzeuge jetzt um ein Vielfaches besser geworden. Einfach, weil ihr viel intensiver, viel besser mit dem Turm arbeiten könnt. Und ich denke, dadurch werden diese Fahrzeuge auch für viele Spieler wieder interessanter werden, als sie es vielleicht bisher gewesen sind. Einfach, weil sie besser performen. Ihr werdet mit diesen Fahrzeugen besser klarkommen und dementsprechend stellen sich die Fahrzeuge auch stärker dar. Ob das irgendwann Einfluss auf die BRs hat, kann ich euch nicht sagen. Zum Stand jetzt finde ich allerdings diese Änderungen sehr gut. Vor allen Dingen im unteren Tierbereich der japanischen Panzer war das von Nöten. Man konnte sich ja irgendwie gar nicht vorstellen, dass die wirklich im Zeitlupentempo damals ihre Türme von links nach rechts gedreht haben. Es wurden weitere Veränderungen an einigen Fahrzeugen vorgenommen. Es wurde teilweise an der Motorpower des einen oder anderen Fahrzeuges was geändert. Da müsstet ihr euch einfach mal die Change-Logs genau angucken, wer da Interesse hat. Beim Tiger II hat man gelesen, der ist gebufft worden. Ja, ob er jetzt gebufft worden ist, ich will es mal ganz vorsichtig so sagen. Die Frontpanzerung, die er am Turm hat, ist nach wie vor dieselbe geblieben. Ich meine, wir haben da 180 mm und das Fahrzeug hat immer noch 180 mm. Allerdings handelt es sich dabei um eine bestimmte Stahlsorte und Gaijin hat jetzt gesagt, das berücksichtigen wir jetzt, wo wir auch unterschiedliche Stahlsorten tatsächlich im Spiel unterschiedlich behandeln können. Das heißt, ihr haltet jetzt ein bisschen mehr aus. Die Zahlen, die dahinter stecken, kann ich euch im Moment noch nicht nennen. Diese 180 mm sollen allerdings ein bisschen mehr Widerstand haben. Das heißt also, ich sage es mal ganz vorsichtig, ohne dass ihr mich auf diese Zahlen festnagelt. Wenn jetzt jemand euch an den Turm vorne ballert, der 190 mm Pen hat, kommt eventuell nicht durch, weil die 180 mm Frontpanzerung, die ihr habt, einfach einen größeren Widerstand haben und dementsprechend dieses Geschoss dann eben doch nicht durchkommt. Hier sehe ich allerdings mittlerweile durch diese Einführung der unterschiedlichen Materialien auch ein klitzekleines Problem, das sich vielleicht irgendwann im Spiel bemerkbar macht, denn wir reden hier immer von Panzerungsstärke, von effektiver Panzerung und von Penetration. Wenn ich ein Fahrzeug habe, bei dem steht, ich habe 180 mm Panzerung und ich habe ein Fahrzeug, das mit einer Penetrationsleistung von 190 mm auf diese Panzerung schießt und ich komme nicht durch, sage ich als Spieler, das ist ein Bug, da ist ein Fehler, denn ich hätte durchkommen müssen. Wenn ich als Spieler jetzt auch noch im Hinterkopf berücksichtigen muss, dass die Materialien vielleicht unterschiedliche Eigenschaften haben, wäre es in meinen Augen eigentlich sinniger, wenn man einen weiteren Infotext zu der Panzerung einbauen würde, entspricht einer Panzerungsstärke von 195 mm. Also Panzerung 180 mm entspricht einer Panzerungsstärke von 195 mm und darunter dann noch aufgrund des Winkels, mit dem wir beschossen werden, eventuell die effektive Panzerung bezogen auf die tatsächlich vorhandene Panzerung. Dann wäre es nicht undurchsichtig für die Spieler, leichter nachvollziehbar und dementsprechend weniger würden sich die Leute aufregen, weil sie dann einfach wüssten, warum das jetzt gerade nicht geklappt hat. Vielleicht wird das noch irgendwann nachgebessert. Ähnliche Problematik finden wir ja im Moment im Spiel bei den Modulen, die die Zusatzpanzerung quasi darstellt. Wenn ihr euch die Fahrzeuge anguckt, die neu gekommen sind, die haben im Turm alle diese Schottpanzerung, diese Mehrschichtpanzerung und die wird als Modul dargestellt. Nein, ihr könnt hier nicht ein Modul zerstören und dann ist die weg. Sie wird einfach nur als Modul dargestellt und da stehen dann die Panzerungswerte. Wir haben einen Widerstand gegen kinetische Energie von 320 mm. Wir haben einen Widerstand gegen chemische Energie von 280 mm. Effektiv wird hier aber nichts berücksichtigt und das ist eigentlich schade, denn auch hier ist nach wie vor der Gedankengang und so sind die Leute ja mittlerweile auch im Spiel trainiert worden. Wenn ich aus dem oder dem Winkel treffe, dann habe ich die und die effektive Panzerung zu durchdringen. Denn selbst bei diesen Mehrschichtpanzerungen gibt es auch einen effektiven Wert. Der wird uns leider Gottes im Moment nur nicht angezeigt. Da bleibt auch zu hoffen, dass Kai Jin sich da irgendwann eine Lösung einfallen lässt, damit das wieder transparenter ist und für die Leute dann auch nachvollziehbar ist, warum ich jetzt gerade nicht getroffen habe, weil eben die effektive Panzerung im Grunde genommen zwar berücksichtigt worden ist von der Spielmechanik her, sie wird mir nur als Spieler nicht angezeigt und deswegen wieder drei Fragezeichen im Kopf. Bei den Flugzeugen wurde auch einiges an den Damage-Modellen teilweise geändert und auch von der Bewaffnung her wurde einiges am Loadout verändert. Auch hier empfehle ich euch einfach mal auf die Change-Logs zu gucken. Es betrifft die B24, die IL-2, die SU-6-Serie, MiG-15, MiG-17, DO-335, alle Varianten, die DO-17, E1 und Z2 sind davon betroffen. Und dann wurden auch die Flugmodelle von einigen Flugzeugen geändert. Das heißt, das Flugzeug verhält sich jetzt ganz anders in der Luft als vor dem Patch, betroffen davon P40E, MiG-3, die F4U-Varianten, Corsair und sowas, die IL-10, die BTD, die AD-2, die G8N1, die XB-50, P47, JAK-1, 3BF-109F, G&K, die G14, den Bofighter, die IL-2, die U87 und die MC-202 in all ihren verschiedenen Ausführungen. Also ganz, ganz viele Änderungen bei den Flugzeugen. Da ist richtig viel geschraubt und gedreht worden. Einige Flugzeuge fühlen sich jetzt tatsächlich nicht mehr so an wie vor dem Patch. Bevor da das böse Erwachen kommt, guckt nochmal auf die Change-Logs-Änderungen. Ich werde euch das hier als Link auch unter das Video reinpacken, damit ihr euch das in Ruhe durchlesen könnt. Grafik haben wir eben teilweise schon drüber gesprochen. Diese MG-Spritzer im Boden, die jetzt ganz anders dargestellt werden. Smokescreen wurde auch nochmal ein bisschen überarbeitet. Das heißt also, es sieht nicht mehr ganz so aus mit dem Smoke wie vor dem Patch. Und die Raketen haben ja, wer weiß, was für einen Abgasstrahl gehabt. Da habe ich letztens noch in einem Video ganz kurz drüber gesprochen. Da wurde jetzt wieder reduziert. Das heißt also, wir haben jetzt weniger Abgase, können wieder ein bisschen genauer hingucken, was meine Rakete da eigentlich macht und wie sie auf das Ziel zufliegt. Ihr könnt euch daran erinnern, Impelit ist immer nur am Meckern. Genau darüber habe ich gemeckert. Es wurde jetzt geändert. Nicht, weil ich darüber gemeckert habe, aber weil es offensichtlich schon so gewesen ist. Das ist ein Grund, was ich darüber aufzuregen und dass es mal geändert werden muss. Bei der Ökonomie wurde auch einiges geändert. Da möchte ich im Detail nicht darauf eingehen. Interface hatte ich eben schon gesagt. Und auch bei den Sounds wurde einiges hinzugefügt. Es gibt jetzt Sounds für Servomotoren. Und viele andere Sounds, da solltet ihr euch einfach auch nochmal die Changelogs durchgucken. Dem einen oder anderen wird es eventuell dann auch im Spiel nochmal auffallen. Müssen wir einfach mal abwarten. Alles in allem also eine ziemlich runde Geschichte mit ganz, ganz vielen Änderungen. Mein Fazit zu dem Patch werde ich in den nächsten Tagen ziehen. Ich kann allerdings jetzt schon vorab sagen, diesmal sieht es richtig gut aus. Ist einfach so. Also ich bin im Moment immer noch begeistert. Ich finde nicht viele Stellen, wo ich sagen könnte, es ist nicht so gut gelaufen. Für mich so das typische Beispiel, wir sind den ganzen Abend 5-7 gefahren. War jetzt vor dem Patch eine ganze Zeit lang so gut wie überhaupt nicht mehr zu spielen. Zumindest als deutsches Fahrzeug oder mit einem deutschen Fahrzeug fühlt sich mittlerweile wieder ganz anders an. Wenn das alles so bleibt, dann ist das wahrscheinlich der beste Patch aller Zeiten. Aber wie gesagt, da werde ich mich erst in den nächsten Tagen festlegen. Ich hoffe ihr seid mit dabei und schaut zu, wenn wir uns ein weiteres rasend geiles Fahrzeug aus dem aktuellen Patch 171 anschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal und alles Gute, euer Implied.